Die Sportwirtschaft ist ein genauso großer Wirtschaftsfaktor wie die Automobilindustrie. Das weiß aber kaum jemand oder interessiert die meisten einfach nicht. Wir brauchen im Deutschen Bundestag jemanden, der nicht nur bei Sport quatscht, sondern vor allem auch fachlich Ahnung hat. Daher kandidiere ich für den Deutschen Bundestag. Mein Wahlkreis gehört in Sport und Wirtschaft an die absolute Spitze. Dafür möchte ich mich einsetzen. Die Freien Demokraten stehen für Menschen, die sich engagieren. Die Freien Demokraten stehen für Menschen, die den Hintern hochkriegen. Handwerksbetriebe sind daher bei den Freien Demokraten genau richtig aufgehoben.